Herzlich Willkommen zu der widerspenstigen Zähmung. Die Jüngste kommt nicht unter die Haube, solange ich keinen Mann hab für die Ältere. Glaubt ihr denn, das einzige Lebensziel einer Frau liegt im Heiraten? Sie ist entschieden widerspenstig. Katarina! Abgemacht, das beste Pferd von Fadua gäbe ich gern dem, der um sie anhält, bis er sie bestürmt, begattet und beschlafen und das ganze Haus von ihr befreit hat. Also ich will einen starken Mann, einen männlichen Mann. Katarina! Einen Mann, der mich auffangen kann, einen mit breitem Kreuz, der mein Kreuz trägt, der mich aufs Kreuz lädt, der... Oh mein Gott, die Frau will keinen Mann! Versucht euer Glück, bis ihr sie unterworfen habt, doch macht euch auf ein schweres Spiel. Was? Ich heirat dich, ich bin der rechte Mann für dich. You say it best when you say nothing at all. Wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Und ein Romantiker dazu. Heute ist der Tag, heute soll Katharinas Hochzeit sein. Ich bin okay! Hol mich hier raus! Ich will nicht! Ich will der Herr sein meines Eigentums, mein Besitz. Dein Ehemann ist dein Herr, dein Lieb, dein Haupt, dein Fürst. Er sorgt für dich und fordert keinen anderen Lohn als Liebe und ein Lächeln. Also, hört auf zu trotzen, denn es lohnt sich nicht. Die Manne zu geholfen, das ist eure Pflicht. So muss ein Weib sein!